. So, hier ist es gar nicht mal so sinnvoll. Ja, ein paar Wände gibt es hier schon. Hinten die Turmwand. Oh ja. Hier auf jeden Fall. Stimmt. Ich bin nicht mehr in Deutschland. Ich bin nicht mehr in der Fresse. Wie kann man denn so schlecht schießen? Das Ding hat an die Lampe geworfen. Äh, könnte reichen. Naja, reicht doch, oder? Man muss immer damit spielen, dass das Ding Reichweite hat. Das ist ziemlich cool. Wir haben nur zwei Drohnen erwischt, ne? Ich hätte es hier cool an die Lampe werfen können. Naja, egal. So. So. Diese Wand hier haben mir ein bisschen arg zugemacht. Den großen Fenster würde ich brauchen. Und am kleinen? Ja. Wir nehmen an. Ja, der Schild am großen Fenster. Ich habe einen draußen gedowned. Und. Wir haben tatsächlich schon zugemacht. Wir haben schon zugemacht. Wir haben schon zugemacht. Wir haben schon zugemacht. den Schild ist. Der Schild ist tot. Ich wollte den gerade von hinten holen. Ja, aber er ist meine Razor Blume eingelaufen. Also der letzte ist eine Falle geladen. Oh, man sieht meinen schönen Kill nicht. Du warst leider nicht der letzte. Ah, dadurch, dass du jetzt sicherlich eine Aufnahme hast. Geschenke! Geschenke gibt's hier. Und nirgends woanders. Was ist das für eine Einstellung? Kann, genau, da sollte aufgemacht werden. Oh, ihr schon, sehr gut. Noch einer. Blitz kommt hier. Ich hab ihn raus, ich hab ein Handy für uns. Ich hab ihn. Nice. Stimmt, da gab's doch auch einen Rework mit den Beinen oder sowas, ne? Äh, ne, das kommt erst ab. Und er hat auch gleich geliebt. Cool. Worauf auch immer er geschossen hat. Vielleicht hat er doch einfach nur... Da kommt einer. Ja? Ja? Shit. Der hat nichts mehr. Da hat noch einer. Zwei Leute. Op 4, letzte Op standing. Äh. Oh. Oh. Ich hab schon wieder vergessen, dass wir Rank spielen. Da können die Leute ja nicht einfach liefen. Ja. Dann fällt ja auch nicht. Alter, der hat drüber noch ganz schön viele Leute erwischt. Ja. Er hat auch nur eine 29% Win-Rate. Ja, sehr viel mehr hab ich auch nicht. Ja, aber... Ich finde das so krass. So krass wie ich nicht. Ja. 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 Elektroplau ist aktiv. Oh. Hier schon wieder. Schön, schön. Hm. Oh. Ich bin hinter ihm. Na. Und einfach an der Tür. An der Tür. An der Tür. An der Tür. Tür. Ja. Aber ich hab Montagne geholt. Also... Hibana war es und die lebt noch. Also wahrscheinlich ja. Hibana war es und die lebt noch. Also wahrscheinlich ja. An der Tür. Wie Sniperpistol. Lachen. Hier war gerade jemand. Hier war das glaube ich. Ja. Da liegt eine Frossvolle. Ja, sie steht da auch wieder. Steht da wieder. Besteckt sich hinter dem Schild die ganze Zeit. Jungen, du musst halt nachdenken. Die Pistole weg, du musst das Gewehr nehmen. Sie kommen. Gut gebildet, jetzt kannst du aufstehen. Genau. Ich hab sie so ein bisschen da reingeloggt. Jetzt ist sie schon wieder gegen sie. Sie ist eben in der letzten Runde schon als letztes in die Frostfalle gesprungen. Jetzt letzte Runde nochmal gewinnen. Dann hätten wir doch schon mal zwei gewonnen heute. Ja, das wäre jetzt mal. Ich glaube, es liegt nicht in der Küche. Da ist ja keiner entgegengekommen. In oben, im Dingsens hier, da wo wir am Anfang auch waren. Okay. Frost ist schon rum. Ist das der Spieler, der eben zweimal in die Frostfalle gehüpft ist, der jetzt sein Glück als Frost versuchen will? Ich glaube ja, weil er gemerkt hat, wie effektiv das ist. Das Fenster unten im Erdgeschoss vom kleinen Turm, da ist, glaube ich, eine Falle dran. Und dann machen wir den Weg zur Location und defuse es. Okay. Das ist vielmehr jetzt im großen Turm hier. Okay, dann ist das raus. Da gibt es ganz schön viel Feldstein, wenn man von dem kleinen Turm springt. Ja. Okay. Was wohl ist? Nicht. Aber solange er da nicht rauskommt, ist das egal. Wo ist er denn? Ich hab mal die Primärwaffe genommen in den Rest gegeben, nachdem ich ihn mit der Zweitwaffe gedaunt hab. Du musst sein. Will ich sagen, wir haben vielleicht auch wegen Wonditto gewonnen, aber Wonditto hat ganz schön geditto'd. Ja. Der hat mich geteamkillt. Ja. Okay, Balkanboy hat natürlich auch sein Teil beigetragen.